Nur noch Suppen, trinken nur noch Smoothies, ich bin auch nüchtern, geil auf der Party, yo, yeah, Gandhi Boost. Ich lege mein Handy weg und bin jetzt wieder in der Welt, bin auch nur ganz selten auf Instagram, nur einmal am Tag und das nur für Business, yo. Und am Abend gehe ich ins Schwimmbad, mindestens ne Stunde schwimmen, yeah, und danach in die Sauna, alles ausschwitzen. Und dann dusche ich mich mit Sandon, Vitalisierungsdusche von Veleda, oh yeah. Und dann creme ich mich mit Bodylotion von Alverde ein. Und dann mach ich mir noch nen Brennzeltee. Be like a boy, be like a boy, be like a boy, be like a boy. Falls man aber irgendwie mitsingen will, ist ganz einfach. Be like a boy, be like a boy, be like a boy, be like a boy, be like a boy. Man kann das auch mit Girl machen. Aber ich bin ein Boy. Also, naja, soll ich gar nicht weiter ausführen. Stehen Sie mal. Und am Schluss spül ich mir den Darm aus, um den letzten Dreck wegzukriegen. Und am Schluss spül ich mir den Darm aus, um den letzten Dreck wegzukriegen. Und am Schluss spül ich mir den Darm aus, um den letzten Dreck wegzukriegen. Und jetzt ein Irrigator. Be like a boy, 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 be like a boy. Be like a boy, 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 be like a boy. Vielen Dank.